Herzlich willkommen zu diesem Pilates-Bauchtraining auf der Matte. Wir nutzen unseren Pilates-Ring, um die Muskulatur am Bauch zu stärken. Also komm nach unten, mach es dir bequem. Es geht los! Leg dich zuallererst auf deinen Rücken und strecke deine Beine schön lang aus. Halte den Circle in deinen Händen, leichter Druck am Circle und dann kommst du Wirbel für Wirbel ein Stückchen nach oben und legst dich wieder auf die Matte ab. Mit dem ruhigen Ausatmen kommst du nach oben, ziehst die Hände Richtung Füße und mit dem Einatmen leg dich wieder auf deine Matte. Arme über Kopf. Wir wollen jetzt hier zu Beginn den Bauch aufwärmen, die Schultern warm machen und die Bewegung ganz in Ruhe fließen lassen. Wenn du nach oben kommst, blicke immer zu deinem Circle und zieh deine Bauchdecke gut aktiv nach innen. Löse und stell die Füße am Boden auf, nimm dann die Beine in die Luft und halte den Circle wieder in den Händen. Du kommst jetzt mit dem Circle zu den Füßen und dann schiebst du Beine und Circle weg von dir. Also alles öffnen, atme ein, atme aus, Circle zu den Füßen, Knie zur Brust. Du kannst dabei den Kopf liegen lassen oder mit anheben, was für deinen Nacken besser passt. Ausatmen, mach dich klein und schieb jetzt deine Füße durch den Circle durch. Füße durch den Circle und wieder alles strecken. Einatmen hier, ausatmen, Crunch und durch den Circle. Einatmen, öffne dich. Dann langsam wieder lösen, leg dich ab. Sehr gut gemacht. Komm wieder in die Tischposition, Beine etwas weiter auseinander als vorher. Und du öffnest und schließt jetzt deine Beine. Gehst beim Ausatmen mit den Händen zwischen den Beinen durch. Einatmen, wieder zurück. Halte immer noch diese wunderschöne Spannung an deiner Bauchdecke. Aus hoch, ein zurück. Letztes Mal. Und dann löse und komm wieder nach unten. Kleine Erholungspause für dich. Bevor du dann den Circle zwischen deine Oberschenkel klemmst, die Arme nach vorne ziehst, tap nach unten, atme aus. Du kannst wieder nach oben gezogen sein, so wie ich es im Bild mache, oder den Kopf ablegen, wenn dein Nacken zu schwer wird. Hab einen schönen, leichten Druck an deinem Circle, dass die Beininnenseite auch was tut. Und jetzt zweimal drücken, zweimal crunchen, zweimal drücken, zweimal crunchen. Atme aus, 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 aus. Geschafft, wir lösen den Oberkörper, drücken nur noch ein paar Mal mit den Beinen. Drücke, löse. Und dann nimm den Circle aus den Oberschenkeln und an deine Fußgelenke. Wir kreisen einmal rechts herum. Wir kreisen einmal links herum. Also wechseln nach jedem Kreis die Richtung. Wir atmen ein zu Beginn, aus gegen Ende des Kreises. Richtungswechsel, atme ein und dann ausatmen gegen Ende. Bauch ist natürlich super, super schön angespannt. Nimm den Ring von den Füßen weg und komm nach oben, dreh dich einmal um. Kurze Durchatempause für dich und dann bringst du dich in Bauchlage und setz den Circle seitlich neben dir auf. Komm in den Unterarmstütz und setze eine Zehenspitze auf die andere, wenn das für dich möglich ist. Ansonsten kannst du natürlich auch beide Füße am Boden lassen. Wir drücken in den Circle. Einfach nur halten. Und dann löse wieder. Kleine Pause. Komm auf die andere Seite, setz den Circle seitlich neben dir ab. Einen Fuß wieder auf den anderen Stellen oder beide Füße am Boden. Schöner Drück am Circle. Atme weiter. Und löse. Komm in den Fersensitz, dehne dich einen Augenblick. Komm nochmal nach unten in Bauchlage und hab den Circle vor dir. Deine Beine sind ausgestreckt und so platziert, dass die Fersen leicht nach innen zeigen, die Zehenspitzen nach außen. Deine Pobacken darfst du entspannen. Du legst die Hände oben auf die Schale oder wenn es dir lieber ist, gerne auch seitlich an den Circle. Und mit jeder Ausatmung ziehst du dich angenehm nach oben. Mit dem Einatmen löse wieder Richtung Boden. Der ganze Körper ist unter Spannung. Zieh dich mit dem Ausatmen etwas hoch. Und mit dem Einatmen wieder lösen. Nachdem wir so viel für den Bauch getan haben, wollen wir mit der letzten Übung jetzt auch was für deinen Rücken tun. Denn die beiden gehören immer zusammen, Bauch und Rücken. Dann löse wieder und drück dich noch einmal nach hinten in den Fersensitz. Kannst auch, wenn du möchtest, die Arme neben dir ablegen. Und dann roll up nach oben, komm zum Sitzen. Kreise gerne ein paar Mal deine Schultern. Und dann lass uns zusammen tief einatmen. Die Arme mit nach oben nehmen. Ausatmen über die Seite. Nochmal tief einatmen. Und wieder aus. Und einmal noch. Leg die Hände oben aneinander. Zieh sie vor dich mit dem Ausatmen. Ich hoffe, dein Bauch hat was getan bei diesem kurzen Workout. Und wir sehen uns bald wieder.